herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play world of tanks und ja ich will euch dann mal einladen zu meiner premierenfahrt mit dem neuen tier 5 heavy der japaner dem mitsu 108 schön ist anders aber egal ne waren wir mal oder nach links zu machen den an genau effekt cp brauchen das ist wichtig läuft hinein ich das ist das auch noch mal ep ist gut 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 aber mal gucken stockpanzer wahrscheinlich ein siebener gefecht ja das geht so schnell das bestimmten siebener gefecht jedoch nicht fünfer na gut naja mitsu 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 das geht tier 5 naja churchill 1 kv 1 sa ok schwierig und die haben ja auch so gut ja gar nicht so träge erwartet ein oi oder so der kv 1 ist aber auch ganz schön flott ne kv 1 ist aber auch ganz schön flott ne so mal schauen hier nicht so flott mit dem panzer kv 1 sa ich bin bin stock fahr mal vor Ne, viel größer und unten. Na, das war noch nicht die richtige Stelle. Ich habe keinen Kopf. Ja, ich weiß nicht. Ingest. Nehaut ab. So. Na gut. Kostiert hab ich, aber... So schneller als ich gedacht hatte. Da haben wir noch eine Mathilde. Naja. Oh. Stopp. Die hat sich ganz dahinter gekrabbelt. Ach, schieß doch mal. Doch, da rein. Ja, höher. Kein Umriss. Naja, egal. Ich hab wenigstens noch mal eingetroffen. Das kann ich, was ich an Panzerung hab. Muss man mal mal angucken. Anscheinend nicht viel. Ähm, ja. Na egal. Da kommen die 30 Anleihen her. Warte, warte. Irgendein Auftrag. Ach da, hier. Ja, okay. Na schön. Da fahr ich jetzt nicht viel, ne. Aber ich war einfach mal ein bisschen vorsichtig. Weißt du, ein neues Auto fährt man ja mit vorsichtig, ne. Weil wir nicht so viel Kratzer gleich in der ersten Fahrt kriegen. Gut. Bin ich mal ein bisschen vorsichtig. So. Ich sag dann mal, tschüss bis zur nächsten Folge. Ich sag dann mal, tschüss. Vielen Dank.